Los geht's. Das war ja nicht. Tut mir leid. Können Sie noch einen Moment dranbleiben? Kein Problem. P, tut mir leid. Kannst du einen Augenblick dranbleiben? Ja, auch zwei. Ich find den ja so süß! Hey Bosley! Bosley? Jetzt kommt er, Sir. Ja, wir müssen ihn ausrufen. Ich hab ihn ausrufen. Ich hab ihn ausrufen. Ja, ich hab ihn ausrufen. Ja! Hapsi! Hapsi! Das dauert bloß noch eine Sekunde! Passt es dir im Augenblick nicht? Irgendwie scheinst du ein bisschen abgelenkt zu sein. Ist da der berühmte Charlie? Äh, nein, hier ist Pete. Hey! Das ist ein sehr netter Junge! Dieser Mann hat eine wundervolle Stimme am Telefon. Tja, noch einen Daddy, den du niemals kennenlernen wirst. Schlechte Neuigkeiten, Baby. Ich muss dich verlassen. Ich gehe jetzt an Folterer und töte deinen Boss. Mikey, Jerry? Wollt ihr jetzt das Engelshaar frisieren? Weißt du wie schwer es ist einen vernünftigen Mann in Los Angeles zu finden? Das Feuerzeug würde ich nicht anfassen. Wartet, 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 wartet. Ich muss euch was Wichtiges sagen. Wenn die Sache hier vorbei ist, wird jeder einzelne von euch mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen und ich werde sanft im Moonwalk hinaus gleiten. Nein, 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 nein. Es wäre besser, ihr würdet mir zuhören. Also zuerst werdet ihr mir aus diesem Stuhl hier raushelfen und dann werde ich über zwei von euch einen Bocksprung machen, bevor ich ihm die Nase breche. Und da mein getreues Feuerzeug nicht funktioniert, werde ich das alles mit den hinter meinem Rücken zusammengebundenen Händen tun. King Kong Fingerchen. Buddha und nur zu. Und das heißt alle Lichter auslöschen. 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 Und das heißt alle Lichter auslöschen.